Woher kommt die Begeisterung fürs Bauen? Was bringt Menschen dazu, gemeinsam etwas zu unternehmen? Bauen bedeutet Wachstum und Vertrauen in Fortschritt. Für das Gelingen dieser Aufgaben übernehmen wir die Verantwortung – mit Freude und Begeisterung. Viele Kunden haben sich bereits über Jahrzehnte hinweg für eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Leonhard Weiss entschieden. Ob Ingenieurbau oder Schlüsselfertigbau – jedes Bauwerk, das wir errichten, gibt unserem Leben und unserer Kultur neuen Raum. Die Anforderungen an diese Räume wachsen mit jeder neuen Generation. Dass wir uns immer wieder dieser Herausforderung stellen, hat in unserem familiengeführten Bauunternehmen Tradition. Die Gleisstrecken, die wir realisieren, sind die Lebensadern unserer Gesellschaft. Wir verbinden Europa – bereits seit mehr als 100 Jahren. Mit sicheren Straßen schaffen wir die Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft. Modernste Kommunikation und die Versorgung mit lebensnotwendiger Energie verlangen nach sicherer Technik. Wir bauen die Netze, die schon heute den Bedarf der Zukunft erfüllen. Was treibt uns an, die Verantwortung für das Bauen zu übernehmen? Unsere Mitarbeiter engagieren sich mit Leidenschaft und Begeisterung für den Erfolg unserer Kunden. Die Motivation dafür schöpfen sie aus einem starken partnerschaftlichen Zusammenhalt. Ihren Teamgeist und ihr Wissen stärken sie in unserer Leonhard Weiss Akademie. So gewinnen wir unsere starke Führungsmannschaft ständig aus Fachkräften eigener Ausbildung. Wirtschaftliches Denken und Handeln, Erfahrung und Kreativität kommen unseren Kunden zugute. Wir gehen voran, wenn andere zögern und bieten individuelle Sonderlösungen, die für unsere Kunden profitabel und verlässlich sind. Damit setzen wir in der Branche Maßstäbe. Kunden, die uns weiterempfehlen, sind unser Ziel. Ingenieurbau Schlüsselfertigbau Gleisinfrastrukturbau Straßenbau Netzbau Unsere Arbeit schafft Werte für künftige Generationen. Mit jedem neuen Projekt übernehmen wir Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft. Damit Sie Freude am Bauen erleben. Willkommen bei Leonhard Weiss Rainer Christian